Manchen Leuten ist einfach nicht zu helfen. Das dachte ich jedenfalls, nachdem ich mich stundenlang mit der 26-jährigen Tochter eines sehr guten Freundes herumschlagen musste. Natürlich nur auf rein sprachlicher Ebene. Die junge Dame saß bis über beide Ohren im Schuldensumpf. Aber anstatt meine wirklich ausgekochten Profitricks anzunehmen, schmetterte sie jedem meiner Vorschläge mit einem trotzigen Ja-Aber ab. Das galt auch für mein letztes Ass im Ärmel. Mein Ratschlag nämlich, ihren Wohnsitz kurzerhand auf die spanische Finca ihres Vaters zu verlegen und damit allen Vollstreckungsversuchen einen raffinierten Riegel vorzuschieben. Daraufhin schmiss ich diese widerspenstige Göre kurzerhand raus. Bis ich nach einigen Wochen von ihrem Vater erfahren habe, dass sie meinen Umzugstrick doch dann doch ausgeführt hatte. Und der gegnische Anwalt hat schriftlich bestätigt, dass er jetzt überhaupt keine Chance mehr sieht, überhaupt noch erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen durchzuziehen. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Weiße Weste durch Umzug. Setzen Sie einen der raffiniertesten Schachzüge ein, die Sie in Ihrem Abwehrkampf gegen Zwangsvollstreckungen, Gläubiger, Gerichtsvollzieher und anderen Widersachern einsetzen können. Sagen Sie allen Ihren Problemen einfach, ich bin dann mal weg. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgs-und.de. Wir sehen uns, bleiben Sie stark, Ihr Wortgang gerade machen.